Die Bundes-CDU sucht also einen neuen Parteichef oder vielleicht wäre es ja auch ganz gut eine neue Parteichefin. Und seit gestern gibt es dann auch endlich ja diesen offiziellen Bewerber Norbert Röttgen, der Außenpolitiker. Alle anderen, Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz, zögern noch, sich als Kandidaten zu outen, könnten jetzt aber unter Zugzwang geraten. Und in Berlin begrüße ich jetzt Christina Dunst von der Rheinischen Post. Frau Dunst, vier Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen. Ist der Landesverband dort so zerstritten oder hat Laschet ihn nicht mehr im Griff? Also einerseits muss man mal sagen, dass dieser Landesverband natürlich wirklich Kaliber zu bieten hat. Leute, Männer in diesem Fall, die in der Politik eine Rolle spielen. Und auf der anderen Seite einen Landesvorsitzenden, Armin Laschet, den Ministerpräsidenten, der dann diese Größen zusammenhalten muss. Das ist an sich schon schwer, weil Herr Röttgen, der gestern seine Kandidatur ja bekannt gegeben hat, 2012 mit ihm in einem großen Konkurrenzkampf war, den er dann am Ende mit der verlorenen Landtagswahl, wenn man es mal so sagen will, auch verloren hat. Jetzt tritt er wieder gegen ihn an. Dass er das nicht mit dem Landesvorsitzenden vorher abspricht, liegt eigentlich auf der Hand. Friedrich Merz, der es unbedingt werden will, ist nicht als Teamplayer bekannt. Und Jens Spahn, der wie Friedrich Merz 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer in der Wahl um den Parteivorsitz angetreten ist, spielt auch seine eigene Rolle, insofern sehr schwierig für einen Landesvorsitzenden, drei andere Männer mit diesen Ansprüchen zusammenzuhalten oder in ein Team einzubinden. Und auf der anderen Seite auch ein Beleg dafür, dass Herr Laschet nicht die Autorität im Landesverband Nordrhein-Westfalen ist, der so ein Team vorher, bevor alles auseinanderbricht, sozusagen bilden kann. Jetzt reden wir erstmal über vier Männer. Gibt es denn noch weitere Kandidatinnen oder Kandidaten, die da noch zu sehen wären? Ich glaube, dass durch die überraschende Kandidatur von Herrn Röttgen sich der eine oder die andere vielleicht auch trauen wird, doch noch den Hut in den Ring zu werfen. Ich beobachte seit ein paar Wochen, sage ich mal so, die Unruhe des Unionsfraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, der auch aus NRW kommt. Das wäre im Fall der Fälle dann Nummer fünf, der fünfte Mann aus NRW. Jemand, der ja bei der Wahl des Unionsfraktionsvorsitzenden sehr überraschend gegen den langjährigen Amtsinhaber Volker Kauder angetreten ist, mit sehr offenem Visier, mit klarer Ansage und es dann gewonnen hat. Diesen Mut würde ich Herrn Brinkhaus zutrauen. Und wenn wir jetzt mal einen Blick in die Frauenreihe werfen, die die CDU hat, wird es etwas schwieriger, weil außer Frau Klöckner im Bundeskabinett, sage ich jetzt mal, und als Bundesvize der CDU, einem nicht sofort so viele Namen einfallen, die das werden können. Aber die Kandidatur von Herrn Röttgen hat schon gezeigt, dass sich auch Frauen jetzt aus der Deckung wagen können, die vielleicht gar nicht so auf der Hand liegen. Das lag Herr Röttgen auch nicht. Und die es sich dann vielleicht doch trauen. Und die Vorsitzende der Frauenunion, Frau Wiedmann-Mauz, hat ja auch gestern gesagt, es geht im Jahr 2020 überhaupt nicht ohne einen Anteil von Frauen. Wenn man jetzt an ein Team denkt, dass dort Frauen mitmachen müssten, ist ziemlich klar. Ansonsten hat die CDU sehr schlechte Chancen bei der Bundestagswahl, glaube ich. Aber ich glaube, dass Herr Röttgen da ein bisschen Musik reingebracht hat, ein bisschen Bewegung. Da kann noch was kommen. Nun gibt es ja fast jeden Tag eine Kaffeerunde bei der noch Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer. Die lädt ja alle möglichen Kandidaten und auch wahrscheinlich die offiziellen Kandidaten zum Kaffee oder zum Tee trinken ein. Wird dies schaffen, dass das alles harmonisch abläuft? Oder werden wir uns innerhalb der CDU in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten, auf eine richtig harte auch inhaltliche Auseinandersetzung um den Parteivorsitz einstellen müssen? Was ist Ihre Einschätzung? Ich glaube, die zweite Variante wird kommen, wenn man sich die Charaktere anschaut. Man kann sich schwer vorstellen, dass Herr Merz sich einbinden lassen wird in ein Team, in dem er nicht Platz 1 bekommt. Und Herr Laschet kann das kaum für sich als Platz 2 annehmen, weil er in dem Moment als geschwächt gelten würde. Landesvorsitzender des größten CDU-Verbandes und Ministerpräsident. Er muss sozusagen zugreifen, selber Kanzlerkandidat werden wollen. Wir erinnern uns an Hannelore Kraft, seine Vorgängerin als Ministerpräsidentin in Nordrhein-Westfalen, die gesagt hat, sie ist Landesmutter, sie möchte in Nordrhein-Westfalen bleiben, sie möchte nicht auf Bundesebene, sie möchte nicht Kanzlerkandidatin werden. In dem Moment war sie derart geschwächt, was ihr dann im Land sehr zum Schaden wurde. Und das weiß Herr Laschet. Insofern hat er qua Amt, eigentlich qua Position, muss er eigentlich schon zugreifen. Dann haben wir schon mit Herrn Röttgen, der es jetzt ja auch sehr klar formuliert hat. Herr Spahn ist zwar sehr jung, aber seit 20 Jahren in der Politik. Und wenn man ihm immer sagt, es ist noch zu früh für ihn, könnte ihm jetzt auch mal der Geduldsfaden reißen. Und insofern, das Team möchte ich sehen, wo dann die, die gerne an Platz 1 stehen, sich auf Platz 2, 3 und 4 setzen lassen. Ich glaube eher, es wird zu einer sehr harten Auseinandersetzung in der CDU jetzt kommen. Frau Dunst, ganz kurz zum Schluss noch einen Blick nach Thüringen. Da erreicht uns auch gerade eben eine relativ aktuelle Meldung, dass nämlich Christina Lieberknecht wohl nicht mehr als Übergangslösung für das Amt der Ministerpräsidentin zur Verfügung steht. Diese ganzen Querelen auch in Thüringen, bitte um eine ganz kurze Antwort. Ist das auch dem Machtvakuum in der Union in Berlin geschuldet? Ja, die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hätte vor der Thüringen-Wahl einmal eine klare Ansage machen müssen, welche Konsequenzen das haben wird, welche Folgen. Das hat sie nicht getan. Sie hat es laufen gelassen. Und insofern ist dieses, was Sie beschrieben haben, es war ein Machtvakuum. Und das fällt der CDU sehr schwer auf die Füße. Dankeschön, Christina Dunst, für Ihre Einschätzung. Dankeschön nach Berlin. Gerne. Tschüss.